Uh! Fast wie angegossen. Aber hier hörst du nicht viel. Der andere? Der ist, glaube ich, ein bisschen zu klein. Das hat auch eher was von einer Badekappe für mich. Verpasst. Sie haben das Lachen in den Händleraum gebracht. Ja, prima. 80 Euro. 100. 110. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 200. Was haben Sie denn von 200 Euro? Ja. Sie sind im sehr guten Zustand. Ja, da haben Sie allerdings recht. Dann tue ich schon 20 Euro drauf. Okay, dann machen wir's. Aber du weißt, was passiert jetzt, ne? Einmal bitte Kappe tragen. 100. Doch, doch, doch. Die Große muss sein. Auf jetzt. Also für euch extra. So, Leute zufrieden?